Das ist die erste lebende Beute von Becci und von Amir. Da ist jetzt der Becci. Geht schon Becci. Wo ist denn der Käfer? Jetzt hast du dich drauf. Ja. Geht schon ein Päckchen? Ne, du bist doch mutig, du hast kein Angst. Du musst doch gehen. Jetzt ist ihn. Ist ihn, geht schon. Drehen wir nochmal rum, oder?